abdulhosen sagen hi hi ha ha huu und damit herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir heute ich bin hier vor Ort ich bin ein paar so oder die um das das ich bin immer meine Gruppe ein was ist ok ja abdul Das hier ist Abdul Pegasus-Jubel. Ich weiß, Pegasus-Jubel. Wir haben doch gesagt, keine Probecken-Geräusche machen. Ich konnte mal online. Es dauert noch 3 Stunden und chill doch mal. Hä, nein? Acht Epic-Freunde sind online. Ich weiß nicht, was gesagt hat. Keine Ahnung. 139. Puh, Amateur, ich hab 300 irgendwas. Nein, das sind noch Freunde, die offline sind. Aber jetzt klappt 139. Ich hab noch viel mehr. Ach du, ja, super. Ich will mir auch gleich wieder Minecraft. Nee. Warum nicht? Darum. Ey, guck mal, ich hab gar nichts. Ich bin voll der Noob. Das ist kein Druck. Warte, ich mach jetzt mal kurz das öffentlich. So, komm, 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 kann ich mir beitreten. Tret mir bei. Tret mir bei. Jetzt hab ich mal. Tret mir bei. Jetzt hab ich mal. Tret mir bei. Tret mir bei. Tret mir bei. Oh, wie süß. Trink trink. Und trink den Schlöp. Trink den Slöpyslöp. ab du lose auf auf der mädchen wir haben uns gar nicht doch ich war vor dir im zentrum ich weiß sogar warum wir dich nicht hören konnten weil du noch beim ladebisch und was weißt du ich war gar nicht erst noch gar nicht richtig in deiner gruppe willst du was ich sagen will ich habe nicht ich bin jetzt skywars du hast auf die map skywars er war es langweilig ich bin ich bin ich bin ich bin aber bitte melde dich jetzt mit dem controller bitte nicht mehr wenn ich vier anmelde deswegen wusste gerade meine ps4 starten also bitte das ist ja du bist draußen gespawnt warum grünen first part press e to star ich spiel gar nicht aufkommt warum geht es hier kann ich nicht weiß nicht was ist meine aufgabe warte kann ich die schaden hinzufügen ich schieße einmal in den beinen darfst du auch mal wenn ich die schaden kann es sein dass du sozusagen warte blöker hier du bist sozusagen der promi und ich muss dich killen fuck ich kann dich nicht mal töten guck mal komm mal her wenn ich mich du hd er herr ist richtig luxuriös was ist das komm mal hier hin was ist hier was ich kann ja gar nichts machen Komm mal her. Wo bist du? Hier in der Nähe ist man nicht langgegangen, weil hier so ein Weg ist. Aber hier steht etwas. Wo? Hier gibt es drei Wege. So. Siehst du bei dir auch die drei Wege? So, ich glaube. Was? Du hast mich beobachtet, ne? Wieso bist du dumm? Was? Ich bin schlau. Warte auf mich. Man kann ihn verpist dich. Warte bitte. Schieß mich auf. Nein. Warte. Wenn ich dich jetzt treffen und die Schaden hinzufügen, du hast das, würde ich mir auch machen, ja? He's kippt bei mir wie Sniper. Nein, ich kann nicht dich abknallen, das ist scheiße. Du hast keine Mäts. Worum geht's in dieser Mapp eigentlich? Alter. Viel Spaß mit dem Abbauern. Hä? Viel Spaß mit dem Abbauern. Hä, du kannst du ganz bauen. Ja, aber ich kann abbauen und bearbeiten, weil wir im Team sind. Hans-Machimix, die nächste Runde. Ich kann ja schon mal verstanden. Das ist hier so, wie bist du denn? Ich kann ja schon mal... ... ich komme aber es dauert ganz schön lange also ein teil habe ich mal zerstört man muss ja unbedingt spielen kommen wir gehen spiel wieder und holen uns ein lud und so wird ich gehe tippt welche stadt nimmst du ich finde dieses backpack von dem stratus so geil ACHTURHELS! Hallo, hör auf damit es macht man nicht mal im stream, nur ich schaff das weil es mein stream ist hast du gesagt fickt dich zum auf damit man möchte man gehalten was ich zeigen was du vielleicht noch ganz bekannt ist ich kenne das ist das was ist das dann da wo jetzt geht es wo man was ist das nicht so lange versteckt ich sehe eher vielleicht muss man dafür ich sage ich dir denkt sich gerade hier wo das ist hinter dem Frisor Prozent das kann er sehen mein Schuss ist schon so als erster Prozent die Gäste Prozent und er ist weiter damit ein Schutze in Deutschland auch gar nicht ich habe jetzt beweis dass du meine Mutter gelegt hast ich habe gesagt ich habe nur gesagt ja ich habe nicht eine Mom erwähnt sie sitzt so einig ich habe einen Tag ich habe keine Lust jetzt mal auf damit was ich mache es doch gar nicht ja gerade eben jetzt mache ich aber die ganze Zeit gar nicht mehr hört auf selber auf du bist du auch deiner auch was meine Mutter naja was was Okay. Das ist einfach unter die Map gefallen. Oh, Digga, grüne Automaten habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Natürlich. So graue Automaten? Nein. Gibt es ja auch nicht mehr. Gibt es nicht mehr oder gibt es nicht? Gab es nie und wird es auch nicht geben, weil es unglücklich wäre. Warum? Du brauchst einen grauen Automaten, wenn du fast aus jeder Kiste eh eine graue Waffe bekommst. Nicht aus jeder? Ich habe fast aus jeder. Was der IP-Schnifon hat, das Kind? Keine Ahnung. Was weißt du eigentlich? Was ist besser? Die goldene, schrägedäfte Sniper oder lila Nöpfe? Ähm, heavy Sniper. Lila Heavy. Oh, Dominik ist beigetreten. Dominik? 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 für den Lugner kann ich nicht hören du redest gar nicht mit dem ich bin ich bin ich bin Dominik Dominik muss in eine eigene Stadt ich bin jetzt in Pleasant rein gehen wir in eine andere Stadt oder sowas oder sowas Dominik hast du schon diesen neuen Backpack von diesen Stratus ja ich habe das das hat das ist auch Wird einer rauskommen? Ja, so in der Hawaii-Look. Ah, der. Ich hab gedacht, das wäre nur Fake, weil das wurde schon so oft auf TikTok hochgeladen, dass richtig viele neue Skins kommen. Die sehen alle so geil aus. Ich weiß. Kannst du eigentlich nur... Hörst du eigentlich nur, ich war ja, ne? Ja. Okay, egal. Was? Ich hab Joshua jetzt als Freund gemacht, damit ich euch beitreten kann. Beitreten? Beitreten. Wo ist überhaupt noch mehr am Ende ein episches 1 gegen 1? Ah! Etat! Scheiß Wichser! Warte, ich bin mit Dominik. 1 gegen 1 oder 1 gegen 1 gegen 1? 2 gegen 1. Okay. Also... Dominik und Niz-Sendell im Team? Ne, keiner ist mit Dominik und Niz-Team. Warum? Dominik alleine? Wir alle gegen alle. Wie heißt das, welches Team bist du? Keine Ahnung, alle gegen alle. Geh mal auf Team wechseln. Also nicht Team wechseln, dann geh einfach drauf, da steht einfach, da steht, welches Team du dann bist. Warum bist du auf so? Ja, aus Versehen! Ich hol kurz meine Waffen. Ja, ich war es einfach 10 Teil 3. Warte, ich hol kurz meine Waffen wieder. Dominik, du kannst es gleich nicht eigentlich haben, ne? Echt? Ich bin jetzt schon in der Block. So warst du schon in ganz Schalantpark. Nein, ich war nur in einem Haus. Und alle Drohnen. Und viele Drohnen. Da müssten aber noch die Pumpgun liegen, glaube ich. Boah, jetzt muss ich erst mal wieder nach Zilded und meinen Loot holen. Aber niemand darf den Loot von jemandem holen, wenn das nicht. Wenn er tot ist. Oder aber auch nicht Dings. Und wir machen so, wir bauen über Zilded wieder so eine Arena und ihr beide kämpft wieder. Wie diese geile Arena war hier. Äh. Ah, du meinst diese Kack-Arena, die so billig war. Hä, wo ist jetzt mein Dings? Ne, da kämpfen wir nicht. Doch. Die ist gut. Aber das nicht ein Tiltet. Das war Kacke. Nein, die war voll geil. Nein. Doch. Wer traut immer noch über Tiltet? Was? Traut einer von euch immer noch über Tiltet? Ja, ich. Ich auch. Was ist? Voll mit. Wer trauerst du immer noch über Tiltet? Nein. Außenleiter! Wieso findest du Tiltet denn dann auch? Alter, Alter, bei mir ist ein Automaten mit der Golden Skala, ich kann den nicht öffnen. Ja, aber bei mir ist das auch so. Aber ich hab bei... Weil ich schon... Weil ich schon... Weil ich schon... Weil ich schon... Ich hab schon sechs Automaten geöffnet, deswegen geht das bei euch nicht. Alter! Dafür kann ich ja nichts. Ich glaub, ich wollt einfach nur Automaten öffnen. Das kann ich dafür. Aber sechs Automaten, Mann. Ja, das waren aber dieselben. Ja, das heißt, man braucht Metz dafür. Warum Metz? Die sind so kostenlos. Ja, es war aber früher so. Ja, früher. Äh, ja, schon? Ja. Ja, ich hab was gekauft. Was denn? Ja, geschafft. Ich hab' jetzt einfach irgendwas gekauft. Ein Granatenwerfer. Ja, ähm... Wie viele Waffen von den Automaten hast du noch? Zwei. Ein, tatsächlich, dass er so hat gelünscht, dich, den Automaten zu nehmen. Der hat sechs Automaten geöffnet. Wir können keine Automaten öffnen. Na klar, ich hab' doch einen geöffnet. Ja, aber ich kann keine. Wie bringt das eine Fotografie, wenn man ja schon? Zuhause? Ne, weißt du? Äh, Geburtstagsvorfeiern, ne? Eigentlich sozusagen feiern wir ein Geburtstag von jemandem. Von Neons Vater. Hier ist ein Automat in der Wand drinne, aber man kann den nicht holen. Also man sieht den gar nicht. Man hört ihn nur. Ich brauch' raus, wenn wir es in Area. Oh ja. War der cooleren, eine bessere, die nicht so scheiße aussieht und so klein ist. Soll ich eine Area bauen? Ne, ich bin schon dran. Und diesmal kämpfen wir erst, wenn wir weiter auseinander sind. Ja, ich brauch' ja deswegen eine Größere. Ja, ja, Joshua. Marcel, ihr habt angefangen zu werden. Was? Ich hatte den Pleasant noch eine goldene Pump. Äh, eine goldene Sniper. Stimmt, hast du mir ja gesagt. Also ich hab' ne goldene Sniper ohne einen Automaten zu bekommen. Was ist das für eine Box? Die Area. Ja, aber was ist das für eine Box? Da startet die beiden. Was? Ja, 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 startet die Box gebaut. Zwei Boxen. Äh, scheiße. Darf man, äh, Heelssachen mitnehmen? Das, das soll ich selbst über das, ob ihr wollt oder nicht. Ob die Spielregeln zu sein sollen oder nicht. Darf man exklusiv Waffen nehmen? Nein, das ist verboten. Nein, das sind für wirklich. Und das ist schön aus dem Area. Ich hab' aber nur einen Granaten. Ich hab' ne grüne Automaten. Hab' ich eben auch schon gehabt. Die haben ja noch nicht mal ne grüne Taktik, Mann. Was ist das denn für ein Müll? Ich hab' ne Lilande. Pam. Es gibt gar keine Lilande-Taktik. So Lilande-Taktik. Nichts. Warst du schon im Park Pleasant? Hä, natürlich gibt's ne Lilande-Taktik. Ja, gab's mal. Früher gab's die. Ja. Übrigens, es ist das letzte Mal, dass wir spielen, ich die installiere in Fortnite. Hm? Ich hab' keinen Bock mehr auf das Spiel. Fortnite ist kacke. Deinstallierst du? Mhm. Mhm. Fortnite ist Müll. Geh' auch schon. Stimmt eigentlich. Guck mal, wir gucken hier uns Kinderspiel-Grafik an, Digga. Der muss echt auf PUBG mehr, äh, wetten. Also ehrlich gesagt, PUBG ist viel geiler, Digga. Ich geh' mal nach Pleasanten bei Nid holen. Deine Digga, ich lass' jetzt vor Ort. Nein, tschüss. 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 Alter, der hat verlassen. Hat er wirklich? Ja. Ja. Er hat gerade wirklich auf die Installierung gedrückt. Echt? Es ist ein Braing. Ich bin noch da, aber ich hasse von sich. Ja. Ja. Willst du essen gehen? Nein. Ich hab' eh keinen Hunger. Ich mach' Angst. Ich sag' einfach, wir haben beide keinen Hunger, ja. 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 Dominik, übrigens, das war ein Spaß, ne? Hm? Ich würd' doch kein Fortnite löschen. Ich hab' dir für zwei, ich hab' da mehr als zwei Euro reingehauen. Keine goldene Sniper, ne? Ach schon, außerdem, was meinte der Joshua mit Kinder-Quatsch-Grafik? Ja. Ja, das Wort jetzt mit Kinder-Grafik hat. Nein. Alter, was nirgst du Schiss? Da ist ein Essig. Was? Was ist das? Was ist das? Salz und Essig. Kein Schein. Vorher aber erst ablecken. Auf beiden Seiten. Jetzt. Kommt jetzt, mal. Hm? Kommt jetzt. Ich weiß nicht schon, mein Loot auf. Kannst du ja gar nicht, wo die Area Lya ist, ne? Ich bin immer noch am Loofen. Dann tue den布 weg, geht's noch. Ich will noch schnell meine Waffe auf draufhauen. lehrt ok 5 packt sich an kommt ja warte wohnt in tilt ist die area oder wo die ist wenn du bei neo tild ja dieses dieses jahr oder bei das ja neben dass sie sich für diese drohne immer nach ja und direkt neben der drohne links von der drohne war gar ja ich gut ich sehe so ein charakter hatte marcel hast du team gewechselt schon ja okay dann sehe ich hier schwarzen was ich mache jetzt weiß ich wo du warst ja hier ist auch eine goldene pappen ist da hast du immer hätte ich mein partner der domenik ja warte ich habe mir kurz die goldene papp geholt so bist du denn schätzen kein schmerz schützt was kommen mit wind kanal ich finde es irgendwie komisch das verstört wurde es einfach unnötig ich brauche selber auch welche masse hallo kommen ja ich komme doch du bist du sind kann alles schnell wenn du bis fünf sekunden schiebe schüttelstich von meinem geburtstag zehn neun acht ich bin doch hier schon sieben siehst du doch und du bist heute aber kein kann ich schaden hinzufügen wir sind im team wechselteam ich wechselteam warum der mensch dich von der späse abkneiden kann ist euch eigentlich schon aufgefallen dass die klick diese stromkabel da gebrochen ist ja damit ich dich abkneiden kann falls marcel unverkehrt irgendwie ich lasse den blut auch da liegen ich finde irgendwie meines gekommen ist besser als joshua das muss man wirklich sagen ja gut da bin ich schon noch meine sachen wie du oder sterbe oder ich gehe ok jeder hat schon etwas weil jetzt habe ich die arena verfehlt wegen dir jetzt wirst du tot aussehen fehlt aber oder das ist mein joshua das helde wort ja für domenik sagen er ist einfach okay marcel damit kommen meist den kommenden ich weiß ich meine es besser als die von mir ich habe irgendwas genäht genommen zeig mal die von mir wo bist du überhaupt war auf masse du bist du damit ich war da unten im kurs weg war schlägt man oder sorry ich habe keine absicht zum märk und rola warte marcel stopp es ganz läuft ok jetzt habe ich schon mal einen verhofft das zu trinken Hör auf zu essen, Marcel. Sorry, Dominik, es war gerade echt keine Absicht. So. Ihr beide kämpft jetzt eine Runde. Marcel, da in die Ecke, Dominik, ja. Bin ich. Marcel, geh in die Ecke. Okay. Ja, da hießen. Hier? Ja, da rein. Wann geht's los? Okay, ich geh los. 3, 2, 1, go. Keine Spau. Ich glaube, ich hab nichts von dir aufgesammelt. Ist kreuzig quergefahren. Vielleicht hab ich was ausgesammelt, keine Ahnung. Aber wenn... Stand bei dir irgendwas an der Seite? Nö, eigentlich nicht. Ich glaub, ich hab nicht aufgegeben. Pass auf, vielleicht glaubt er ja schon den Hut. Hä? Also, was Joshua ist auf jeden Fall nach unten gegangen und hat irgendwas gemacht. Ja, hab was gemacht. Guck, ich hab grad mal... Guck, ich hab grad mal... Guck, ich hab einen Schluck. Ach, nein, du bist hier hingegangen. Nein. Nein. Nein, hier. Ist schlimm, dass ich grad einen Schluck getrunken habe. Was heißt, ich darf jetzt meinen WG trinken? Ja, das ist... Hallo, nicht Bauern, Dominik. Ich baue mir nur das da. Hi. Nein, ich wollte das nicht tun. Ich hab gehört, was du gesagt hast. Wer? Wer? Du, so Marcel. Hä? Ich hab gar nicht gesagt. Du hast gesagt, schieß. Hä? Hab ich gar nicht. Oder du eh nicht. Du hast irgendwas gesagt. Die magische Miesmuschel sagt? Nein. Nein. Alter, der will mir keine Chips geben. Nur weil ich ihm nicht helfen möchte, dich zu grillen. Hä? Das ist schon eine geilere Idee. Ich kill dich nicht, aber nicht versprochen. Nein, nein, du hast Dominik runtergebracht. Jetzt kannst du den Chips kommen. Ja, ja. Das Chips. Ich kann mir ein Glaslösch erklären, aber ganz heilig, ne? Ähm, nö. Mit Marcel und Joshua. Dominik! Hm? Dominik. Ja. Dann kurz weg. Du musst risspissen. Piu, 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 piu. Was ist sowieso ein bisschen? Tiefst, komm mal, tiens, travel. Du kommst, komm mal, tiens, tiefst auf. Komm mal, tiens, tiefst auf. Das Renault kann schutzst... Blökenl, schluss? greatness schlusss, wummer blöken. Du kommst Lipp, war nie Martin. Wo hätte dieafterstand hinterher schlechtgesch уст du dann 여자 relent, ne? Was ist das? Was ist der Name von deinen cutest? Nö. Ich glaubst, wenn ich dich schaffe, was in der Lobby? den habe ich auch sie sollte wieder und doch so Dominik erschießen da auf aber machen wir nicht Dominik ist nett wenn wir da ranzen es macht gar keinen bock zu spielen doch sagt bringt mich um ich habe gesagt hat gesagt kommen bringen die schuhe um dann hast du nicht auf jeden was dominik wie sagt er hast du noch 78 insgesamt 78 ja warum ich mich auch umbringen wollte ich gar nicht geh weg ja schon oder einfach so einfach so ist seit jetzt in dem fall hier und dann ja die befalle hoch der domenik habe ich versuchte schießt ich runter glaube ich nein ich und roter schießen ich habe dich runter geschossen ich wollte ich wollte dinge abbauen noch einmal vier ganzen lagerfeuer dann hier dann habe ich noch einen geschützt um eine falle und ein jump habe ich benutzt ok leute ihr beide bekämpft euch jetzt ich glaube die drohen und guckt euch zu okay und kämpft und ist voll geil kämpft und heute gehen deine ecke mit einer eingetötet haben darf ich mit dem sein also immer mit dem domenik marcel töte da mit damit 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 fair bleibt ja da haben beide das sind beide immer gestorben das fährt nur 32 wo domenik schießt abend ich war's was ich habe so schießt jetzt ab und joshua jetzt hat man selber von mir ausgesammelt er hatte nicht keine ahnung kann sein guck mal ob du alles hast du mir leid war keine absicht ich wollte den boden unter die weg schießen damit ich in deine falle frau ich wollte eigentlich und sorry das heißt keine absicht ich möchte ich nicht gehen ich will nur gucken wo du bist wo ist er denn wo ist er denn wo ist er ich guck ob hier noch sachen liegen ja du hast sniper money von mir aber das braucht ich eh nicht okay kämpft und das ist jetzt du zu immer selber abkrieger ich bring mich verlass warum ist der kill bekommen keine ahnung ich muss doch meine kill damit es ausgleich bleibt mal spaß marsch ist genauer es geht los und 321 so übert in seiner box ja was er ist in seiner box los nicht wartet ja nicht los was er ist gar nicht in seiner box hätte so blind wo ist denn hier bitteschön täpst du blind immer sehr gutes verstehe ja eben dann war das schon die ganze zeit aber kopf hoch los kämpft ich könnte ich könnte sogar schneiden kämpft drei jahre als verfehler im bahn das war los kann man schon okay doch das ist okay mach noch mal domanik domanik ich muss mal kurz mit marcel was klären gehen marcel komm mal mit ja jetzt kommen komm mal runter wer ist packt so noch mal weg von der mauer mein hund ist packt so ein will ich nicht wenn man hat immer ich weiß schon haben wir wieder hoch immer sein so wie du zu ja auch hier vor dominik ich konnte ich gestehe wie solltest du keine hänge gleiter marcel kann nur solches wissen da liegt jetzt mein gut ich habe gesagt ich gucke nur dass du schon nix haben soll ich was holen ich habe alles ich brauche junge warum kommen so viele leute in die lobby ist es hier eine party oder was ist mit meinen freunden ankommen dass man so ein eigenes vor dem trailer machen und doch mit meinen was soll das hier teile ich mit deinen mit meinen freunden damit kann was aufgenommen habe ich gar nicht denn ich weiß nicht nur gucken nein dass ich zweimal ausgucken das wird einmal ausgucken lassen lassen mal so ein eigenes vor dem trailer stehen die mit den joshua killen nein und dann hätte ich das heim ist auch der trailer ausgucken das heißt einer wollte ich ganz hoch werden herunterfällt versuchte einen so zum ausgucken ok was ich bin jetzt hier so runter mit der sniper und noch kommt so dominik dann das war so ein trailer hier weg haben so mich weil du mein bestes beispiel bist für einen streams stream seit wir wollen für einen sniper weil du es erst gar keine zeit behast würde einer mit deshalb ein zweiter sehr komisch die weg du lächst auch geboren schufs dominik kommt dann hier an du sagst dann dominik und dann warum ist borsche dort warum ist so mit oben dominik und auch da ich bin hier ein geist jetzt könnten ich nicht sehen ich kann nicht sehen ich kann ja abknallen ich kann ja du stellst dich jetzt hier hin mit sommer mit irgendeiner besten waffe wenn die domenik an mit nur einer spitze dann kriege ich dich doch nicht ich bitte mal den domenik ich bitte mal den domenik das joshua kill damit er sich herausbekommt kann man spielen irgendwas mit der pump kann jetzt schon ich habe einfach nur so geschossen aber egal genau einfach nur so bei der schwarze gehen e-mail als ich mit uns ab und jetzt habe ich auch zwei hits geben alle schlagen damit er bleibt muss jetzt machen oder was ist die meds wieder